Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Bömbur, Let's Plays, Gaming und mehr. Ich bin der Bömbur und wir befinden uns in der dritten Folge von Let's Play No One Lives in Heaven. In der letzten Episode habe ich mich ein bisschen verlesen gehabt. Da sollte ich ja eigentlich einen Huhn fangen und habe da irgendwas falsch gelesen und habe dann rumgenörgelt, dass da ein Rechtschreibfehler wäre, aber ich habe mich halt verlesen und ich sollte eigentlich einen Huhn fangen. Ich werde das jetzt mal versuchen heute zu tun. Da ist es auch schon. Einfangen. So, dann bringen wir das Huhn mal zurück. Ein Nadelbaum. Sehr schön. Ich habe euer Huhn. Gut, dann gebe ich hier ja mal das Huhn. Du du. Yeah. Epische Musik. Ich habe hier das Abendbrot gesichert. Ich bekomme 150 Gold und ein Schild. Okay. Alter, ein Schild. Sehr schön. Kleine Laterne. So ein bisschen erkunden ist immer schön. Seht ihr den Weg. Ich überlege. Gut. So. Was mache ich jetzt am dümmsten. Dumm rum stehen. Und überlegen. So. Ja. Was machen wir jetzt als nächstes? Irgendwo ein Händler finden, wo ich mal ein Halt dran kriege oder so. So. Wir haben erst wieder auf, wenn er nicht mehr da ist. Wenn er da ist. Achtung, blaue Lösche. Okay. So. Dann. Gehe ich doch mal hier über die Brücke. Schauen wir mal was. Da erwartet. So. Ganz viele Leute. Ja. So. Ein Biertisch ohne Bier. Das ist scheiße. Ja. Da ist die Polizei. Da gehe ich mal rein. Achso. Da darf ich nicht mal rein. Okay. Vielleicht kann ich doch rein. Ja. Ich bin mir sicher. He he. Doch. Ersetzen und Regeln bedeuten mir eigentlich relativ viel. Aber naja. Er2017. Dafür. wir haben sie gemacht bestimmt erschossen gut dann werden wir die vier polizisten mal belabern ach nö jetzt will der auch mit mir kämpfen das gibt es doch nicht ok ich war siegreich sehr schön bereit gefoltert zu werden fingernägel ausreißen augen ausstechen eingeweite rausreißen kniescheibe zertrümmern ok was kann man da noch machen oh gott ist gewählt hat die polizei augen ausstechen will ich eigentlich weniger zähne ziehen die scheibe zertrümmern ok toll zu ich mir den nächsten jetzt habe ich einen polizist getötet ok mein werk ist hier getan ist ja geil ich soll nie alles verkehren und bringen sie um ok ok habe ich den nächsten ok ok rattenkäfig ist ja fies das hat nichts geholfen bleissprinkler ok Künstlerische Spuren im Gesicht, ok. Ok. Kann ich ja ein Zu ausüben, ok. Hetzergabel. Ok, Rattenkäfig hatten wir noch nicht. Ok, Ready Filme noch einmal zu sichten, ja die waren gut, die Originalen zumindest. Ok, der Polizist ist auch gestorben. Dann, ich will sagen, schnappen wir uns den vierten, äh dritten. Ok. Ok. Ist das ein Lohnzettel zeigen? Ok. Bitte zunähen. Haben wir den Alkohol schon gehabt? Nee. Ok, Alkohol. Hitten zunähen. Ok. Eingeweihte rausreisen. Ok, ich habe die Fulde anscheinend wieder übertrieben und er ist auch tot. Ok. Sehr schön. Jetzt haben wir nur noch einen. Unseher. Ja, wenn sie nicht hören wollen, ne. Gerade fühlen. Gut. Auf absence Можно wieder siegreich. Jetzt muss er wahrscheinlich den vierten Polizisten töten. Das ist so geil. Gut das Schneiden. Jesu Kreuzigung nachstellen. Oh, das machen wir mal. Gut also das hat und die eiserne Jungfrau nachstellt. Das wird ja in der. Okay. Wart, 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 ist das geil. Oh eine. Eine bekanntes Suchmaschine, okay. Ja, okay. Ihr meint doch nicht das. Ja. Die bekannteste der Welt. Okay, der ist auch anscheinend hinüber. Gut, der Quest ist fertig. Ihr habt es geschafft. Alle Polizisten sind nun tot. Das Dorf ist wieder frei. Wir stehen auf ewig in eurer Schuld. Als Dank erhaltet ihr etwas Gold. Okay, 300 Gold dafür gekriegt. Sprecht mich an, wenn ihr zurück wollt. Okay. Jetzt gehe ich aber erstmal. Da dran. Weiß nicht was da passiert. Es war ein helles, grelles Licht. Okay, eine Silbermünze. Und dann macht die so eine Yacht. Okay. Antikhändler. Das ist aber nicht Antikhändler. Äh, ich will raus. Okay, ins Dorf. Okay. Jetzt bin ich zurück im Dorf. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich. Aber da kommt noch was. Okay. Okay. Da wird jetzt ein Polizist gehängt. Okay. So. Gut. Das war jetzt ein kurzer Event. Ich glaube, er hängt. Lustig. Gut. An dieser Stelle würde ich sagen, verabschiede ich mich mal von euch. Hat es euch gefallen? Also, mir hat es sehr gefallen. Lasst mir ein Like da. Lasst mir Kommentare da. Ein Abo. Würde mich auch sehr freuen. Die Glocke anmachen. Dass ihr die Folge nicht verpasst. Und bis zur nächsten Folge. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Euer Bambur. Tschüss. Tschüss.